Und wie wir wissen, wir sind hier in Berlin, hier in Berlin, da tanzt man, wenn man jemand wirklich mag. Wollen wir einen Ehrentanz für Sie machen? Gentlemen, gebt mir mal Tanzmusik, gell? Komm, meine Damen und Herren, ich möchte, dass ihr euch bewegt. Ja, so ist doch cool. So sehen Sieger aus. Könnt ihr uns helfen? Ja, so sehen Sie. Ja, so sehen Sie.